herzlich willkommen zu einem neuen video am montagmorgen heute in diesem video möchte ich euch zeigen dass man auch ein kleines konto erfolgreich hoch traden kann ich habe zu diesem zweck ein neues konto erstellt und 1021 euro eingezahlt ein start rate beträgt 10 euro ich schaue mir die wirtschaftsdaten von heute an typischer montag relativ wenig news also 10 25 haben wir wichtige news und 11 35 ansonsten sollte es eigentlich relativ ruhig zu gehen eine staffelung beträgt 10 euro 25 63 158 395 stufe 4 werden wir nicht erreicht mit meiner strategie ausgesetzt hat das richtige chartbild ausgewählt unter berücksichtigung der indikatoren und news so ich suche einen trade metatrader 5 60 sekunden ich hoffe dass ich jetzt einen finde us dollar japan japanisch yen sieht gut aus ich steige ein noch mal stufe 1 und 2 gut momentan sieht gut aus ich werde jetzt jeden zweiten tag soll ich ein video machen und euch zeigen dass man auch mit einem kleinen konto erfolgreich sein kann da geht schön runter erster trade ist im gewinn und der zweite sollte eigentlich auch im gewinn landen über 20 pips im gewinn und der zweite ist ich 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 Patient Perfekt perfekt 26 Euro gewonnen und wenn man das jeden tag hat, baut man so kontinuierlich sein Konto auf gut, bis zum nächsten Mal